Wir hätten auf über 1500 Meter gehen müssen, da gibt es solche Finsen nicht. Das wäre toll. Warum will ich mal zettelfrei sein? Mal gucken, wann das klappt. Willkommen zum Vitamin-Bere-Podcast, heute Episode 3, live vom Schienerberg mit Blick über Seegau. Mein heutiger Gast kommt aus Konstanz, ist Familienvater, arbeitet grob gesagt im Marketing, ist Trailrunner und vor allen Dingen ganz wichtig, ein echter Hofer. Willkommen Carsten Reichel. Hi Robert, grüß dich. Erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du? Tja, wie du schon gesagt hast, bin ein echter Hofer, komme also aus dem Bayernland oder eigentlich aus Franken. Mich hat es vor acht, sieben Jahren hier am Bodensee verschlagen, beruflich seinerzeit. War dann hier eben unterwegs, habe die Berge schon immer geliebt, habe sie hier dann noch mehr lieben gelernt und seit Jahren hier auch als Trailrunner unterwegs. Ich habe dann auch im Verein die Trailrunning-Abteilung übernommen, um da eben dann auch die ganzen Schulungen zu machen und das ganze Training auch mit hier zu veranstalten. Jetzt könnte man ja sagen, hier, also jetzt sind wir hier auf Seegau. Schienerberg gehört, glaube ich, auch noch zum Seegau dazu. Konstanz, naja gut, da hat man ein paar Hügelchen. Ist das was anderes als in den Alpen laufen? Ja, natürlich ist es was anderes. Aber Trailrunning ist halt nicht nur festgelegt auf die Berge, sondern Trailrunning bedeutet ja eigentlich, wir haben jetzt mal so grob auf Deutsch übersetzt, dass ich halt auf engem Pfaden, auf Trampelpfaden unterwegs bin. Und Trampelpfade können halt auch mal auf der Ebene sein. Das könnte genauso am Meer oben entlang sein. Ich kann in Rügen, kann ich auch Trails laufen. Das ist eigentlich egal. Natürlich sind die Mittelgebirgstrails, haben eine andere Herausforderung als die Alpentrails. Ich finde sie stellenweise sogar spannender, weil du halt nicht diese ewig langen Anstiege hast, sondern weil du halt immer diese stetige Auf und Ab hast und immer wieder diese Forderung für deinen Körper hast. Du hast halt immer wieder kurze steile Anstiege, wieder Abstiege, wieder Aufstiege. Also du hast nie mal einen langen Downhill, wo man sich mal entspannen kann, sondern du hast halt immer dieses Auf und Ab, Auf und Ab. Also so ungefähr wie auf unserer Lieblingsstrecke zwischen Wallhausen, Marienschlucht und Bodmann, die jetzt leider zwar gesperrt ist, aber da ist es ja quasi auch so, dass man entlang des Wassers hoch und runter, links, rechts. Genau. Was nicht viele Höhenmeter macht, aber doch extrem anstrengend ist. Oh naja, also auf den 20 Kilometern hast du auch 900 Höhenmeter. Also da gibt es genügend alpine Strecken, die da auch mit reinrutschen. Trailrunning gibt es auch am Meer, wie du ja gerade schon gesagt hast. Jetzt sind wir aber bei Vitamin Berge. Es geht um die Berge. Ab wann ist es für dich ein Berg? Ist der Schienbeerberg jetzt hier auch schon ein Berg oder ist das eher ein Hügelchen? Ist das eher so ein kleiner Nippel im Flachland? Ja, wenn ich unten, wenn ich eigentlich von ganz unten im Tal anfange und hoch laufe, mache ich auch mal 350 Höhenmeter am Stück. Das finde ich auch schon eine anständige Strecke, die man laufen kann. Und natürlich ist es kein Berg laufen. Ich sage mal so, ein Berg ist da, wo ein Gipfel ist, also wo ich ein Kreuz oben sehen kann. Und der Schienerberg hat tatsächlich auch ein Kreuz oben. Also ist es auch ein Berg. Ja, wir sind ja hier gerade geflüchtet in die Wiese, weil ursprünglich waren wir da drüben an so einer kleinen Kapelle, wo man auch bis zum Sentes über die ganzen Alpen gucken kann. Leider haben wir uns dort, wir wissen nicht, ob es vernissen oder bremsen, auf jeden Fall mega fette Dinger aufgegefressen. Deswegen mussten wir jetzt hier hinflüchten, ist aber jetzt auch nicht schlimm. Dafür sind sie ein bisschen kleiner. Aber nicht ganz so lästig. Das heißt, du bist eigentlich nur in den Bergen unterwegs? Nein, ich bin eigentlich querbeet unterwegs, also durch ganz Europa, hauptsächlich Südeuropa, Österreich, Schweiz, Italien. Und natürlich auch viel in Deutschland. Natürlich da auch viele Mittelgebirge, weil ich sage mal, so in den Alten ist jeder. Es gibt halt so ganz viele Mittelgebirgstrails, die noch erkundet werden sollten und erkundet werden müssen. Und das ist so eine von meinen Aufgaben mit. Wir haben uns beim Straßenlauf kennengelernt. Das stimmt, in Singen. In Singen, beim Stadtlauf, bei Kilometer sieben oder sowas. Robert kurz vorm Sterben. Obwohl ich vorm Sterben war und da laufen zwei mir vorbei und reden über Trailrunning-Schuhe. Und da dachte ich mir, da bist du richtig drangehängt. Und seitdem kennen wir uns eigentlich. Richtig, genau. Und zumal, äh, 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 sehr nett Geschichte irgendwie. War sehr spannend damals. Und, äh, ich weiß noch, du wolltest damals unbedingt unter einer Stunde die zehn Kilometer schaffen. Und hast, äh, weil es irgendwie mit deiner damaligen Frau eine Wette hattest, dass du dann bei irgendeinem anderen Event starten darfst. Wenn ich das unter dieser Scharfe dann, ich glaube, Zugspitze wollte ich damals, auch wenn es dann was anderes geworden ist. Aber irgendwas war da. Aber ich hab's da nicht geschafft. Ich glaube, ich hab's aber dann doch geschafft. Das hat aber andere Gründe. Ähm, du hast dein eigenes Team, beziehungsweise deine Seite Rock'n'Trail. Ähm, warum Rock'n'Trail? Tja, sieht man ja schon, ne? Ich bin so ein alter Rock'n'Roller. Ähm, wie alt? 45 inzwischen. Okay. Ähm, bin, ähm, ich hab immer sowas gesucht, was so, so, so. Wenn ich zwischendurch war, ich hatte ganz am Anfang, hieß das ganze Run with Us, das war mehr so Straße und Trail. Hab aber dann gemerkt, dass die, die Trailschiene eigentlich die, die spannendere ist und dass man da viel mehr machen kann. Und weil es halt auch meine Leidenschaft war, ganz einfach. Also rausgehen und da laufen, wo ich will, ohne irgendwelche Zwänge dahin zu gehen. Und das soll Rock'n'Trail eigentlich auch darstellen, das rausgehen, da laufen, Spaß haben, die, die Trails abrocken, wie man so schön sagt. Ähm, das war so die Zielsetzung und deswegen ist auch der Name so, wie er ist. Du bist ja auch zweimaliger oder dreimaliger Finisher vom Trans-Alpine Run, also in acht Tagen über die Alpen. Mhm. Wie war das so? Ist das dann beim zweiten Mal einfach und beim dritten Mal schon langweilig? Ne, ne. Es ist ja immer wieder was Neues. Ich sag mal, so acht Tage laufen ist ja nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und sage so, boah, super, toll, heute wieder laufen. Ähm, die, die Schmerzen kommen, trotz alledem wieder und, ähm, man wacht dann morgens auf und, ähm, geht ins Bad und denkt so, boah, wie soll ich da heute jemals 40 Kilometer laufen? Aber irgendwie steht man dann am Start und dann geht's nur plötzlich wieder und dann läuft man seine 40 Kilometer und alles ist gut. Es ist halt ein extremer Aufwand in der Vorbereitung und, ähm, klar, es ist ein Ziel von jedem Mal, so eine Alpenüberquerung zu machen. Es ist so ein Wunschtraum. Vielleicht kann man den zweimal erfüllen und, ähm, hab den auch zweimal ganz gut gemeistert, äh, wie ich glaub. Hat immer meinen Spaß dabei gehabt, den darf man nie verlieren und dann funktioniert das auch einigermaßen. Aber, wie gesagt, die Vorbereitung ist halt das Wichtige. Genauso, wenn ich halt an den normalen Lauf rangehe. Letztes Jahr bist du, glaub ich, nach der zweiten Etappe ausgestiegen. Ähm, danach hast du dich, glaub ich, in deiner Rolle als Teamchef sehr wohl gefühlt. Ähm, wie ist es, wenn man da nicht mehr mitrennen kann? Man ist trotzdem im Berg, man will eigentlich, aber man weiß auch, es geht nicht. Und dann hat man da, äh, du hast, glaub ich, zwei Teams am Start. Ähm. Ähm, und auch nicht wirklich, äh, langsame Leute, mitten Michael Arendt und der Kati Schichtel, äh, doch ein sehr gut, schnelles Team. Mhm. Wie ist es dann? Drückt das auf die Seele? Ja, natürlich, ähm, wenn du raus musst, ähm, ja, hat damals die Hitze einfach zu sehr zugesetzt. Und, ähm, das, die Hitze ist nicht so sehr mein Fan, deswegen liebe ich es auch, wenn ich in den Berg laufen kann, dass es ein bisschen kühler ist. Aber da ist es halt dann einfach so, dass man dann schon am Start steht und denkt, so, jetzt könnte ich eigentlich auf der anderen Seite von der Linie stehen. Und, ähm, ich hab mich aber dann dem, dem Schicksal gefügt und hab das eigentlich ganz gut gemeistert, das Thema. Und, ähm, bin dann auch in einer anderen, ja, in einer anderen Aufgabe auch mit aufgegangen in dem Bereich, was ich schon spannend fand und, ähm, was auch gut war. Und du lernst halt auch ziemlich viel von deinem Trainerwissen dann auch mit weiterzugeben. Das war halt mein Glück, dass ich halt auch, ähm, eigene Trainingsgruppen hab und da halt auch das eine oder andere auch mit weitergeben kann. Aber natürlich, äh, steht man lieber auf der anderen Seite. Ich war jetzt in Cortina, äh, bin da Skyrace gelaufen und als dann halt am nächsten Tag der Lavaredo anstand, den ich schon selbst gelaufen bin. Und du stehst dann da, ähm, beim Start und siehst, wie sie alle loslaufen, ähm, da hat man schon fast ein bisschen Tränen in den Augen, äh, dass man hier nicht mitlaufen darf. Das ist, ähm, schon was, äh, was anderes. Was ist der Unterschied zwischen einem Skyrun und einem Trailrun? Ein Sky... Bei der Lavaredo, also, sorry, der Lavaredo, der ist ja eher, äh, Ultradistanz. Genau. Also ich glaube, 119. 119 Kilometer mit irreviel Höhenmetern um die 13, was wunderschön ist. Ähm, aber was ist jetzt ein Skyrun? Ein Sky, Skyrace heißt das Ganze ja. Oh, Skyrace. Es hat, ähm, ist eigentlich der einzige fest definierte Lauf im Trailrunning, der, der wirklich, äh, eine fixe Definition hat. Das bedeutet, du musst mindestens 1000 Höhenmeter haben im Lauf, auf egal welche Distanz. Und, ähm, er muss mindestens 500 Meter, ähm, Aufstieg am Stück haben. Das ist ein, äh, ist die, äh, ist die Definition für ein Skyrace und alles, was in diese Riege reingeht, ähm, hat eben die Definition Skyrace. Kann als Skyrace verkauft werden. Okay. Ja, wieder Masken da, ne? Ja, gut, äh, ich war ja vor zwei Jahren in Tromsø, bei dem, äh, Lauf von Kilian, Jeanette und, ähm, Emilie Forsberg. Und das war ja auch ein Skyrace. Und damals gab es halt diese Diskussion, ob das denn wirklich ein Skyrace ist, weil es irgendwie mindestens, äh, so und so lange auf mindestens 2000 Meter Höhe sein muss oder so. Äh, deswegen. Also er muss über 2000 Meter auch drüber rausgehen? Genau, aber das haben sie jetzt angepasst, anscheinend, weil Tromsø ist ja jetzt auch offizieller Skyrace Series und da komme ich ja nicht über 1400. Aber die haben ja diese 500 Meter direkten Aufstieg. Den haben die ja auch drin. Den haben sie definitiv. Das ist die neue, das ist die Definition für, genau. Wenn man dir bei Facebook folgt, gefühlt bist du eigentlich jedes Wochenende in Italien, mindestens einmal. Äh, du bist ein Italiener, glaube ich. Äh, wie kommt's dazu? Ja, ich war als Kind schon viel in Italien gewesen. Ähm, ich liebe das italienische Essen. Ich liebe die italienische Mentalität. Ähm, ich liebe einfach Italien. Und, ähm, ich bin natürlich auch beruflich durch Rock'n'Trail viel in Italien, weil die, die Trails, die es da zu laufen gibt, ähm, unglaublich sind. Ähm, es ist was ganz anderes, was man hier in Deutschland laufen kann. Äh, du kannst halt tatsächlich von Meereshöhe bis auf 1000 Meter hochlaufen und wieder zurück. Äh, da haben wir dieses, äh, Meer und Berge miteinander verknüpft. Ähm, du hast dieses typisch italienische, du hast bei Wettkämpfen, hast du, ja, kulinarische, ähm, Festmale unterwegs. Äh, ist schon was, was Besonderes in Italien zu sein. Und, äh, zudem habe ich einen Partner in Italien, ähm, mit Soul Running, äh, mit dem wir relativ viel auch gemeinsam machen, ähm, gemeinsame Presse, ähm, Exkursionen, wo wir neue Trail-Reviere, ähm, uns anschauen in Europa. Und natürlich auch sehr, sehr viele europäische, äh, italienische Trail-Reviere auch anschauen. Und des Weiteren, äh, vermarkte ich auch viele italienische Läufe hier in, äh, in Deutschland. Bei einem Lauf, äh, durfte ich ja mit, da hast du mich relativ kurzfristig mal angefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzulaufen. Team for free, äh, in der Nähe von Genua. Three for team. Three for team, Entschuldigung. Sag doch mal an. Na, das wird nicht geschnitten. Äh, im Dreierteam ein Halbmarathon mit 1400 Höhenmeter irgendwie. Und richtig lustige Trails. Steinig, es ging hoch, es ging runter, es ging quer durch den Bach, es ist, und gut, ich wurde getrieben von Buali und von dir. Äh, ihr seid wesentlich schneller, also Buali, den hat's wahrscheinlich gelangweilt, äh, so ein bisschen, der hat noch nicht mal geschwitzt. Ähm, war aber ein richtig spannendes Format. Warum gibt's denn sowas in Deutschland nicht? Tja, ja. Also quasi der Transalpine Run in Kurzversion. Ja, das ist genau der, also der, der three for team, ähm, ist eine sehr einzigartige Geschichte in Italien. Ähm, der findet ja immer im Februar statt. Ähm, in der Nähe von Genua, äh, wunderschöne Berge auch mit dazu, wie du auch sagst, so. Selbst die, selbst die Asphalt- oder die, ähm, ja, die Forststraßen-Passagen hatten stellenweise, waren sie entweder so steil oder hatten so große Wackersteine drin, dass man kaum anständig laufen konnte. Da fragt man sich, wie man da mit dem Forstfahrzeug drüber fahren möchte. Ähm, diese Formate gibt's bei uns gar nicht, weil, ähm, der, der Trend in Deutschland eigentlich in eine ganz andere Richtung gerade geht. Ähm, man versucht irgendwo auch dieses Trailrunning zu, ich sag's mal so in Anführungszeichen, professionalisieren, an die normalen Laufwettkämpfe hinzunehmen. Und vergisst auch so ein bisschen den gemeinsamen Spaß mit unterwegs. Aber, ähm, ich kann dich beruhigen, es wird, äh, in 2017, äh, ein 3-4-Team-Event in Deutschland geben. Bin ich dabei. Aber, äh, Aachen-Sano, also Genua, äh, bin ich auch gerne dann wieder dabei im Februar. Da werden wir mit 5 Teams dieses Jahr starten, ähm, da können wir dann vielleicht noch eine kleine Verlosung dann bei dir auf der Seite machen. Und noch mit einem, ähm, Vitamin-Berge-Team noch mit am Start gehen. Sehr gerne. Was denkst du, was ist so der, also, äh, vorgestern war es auf Facebook so etwas, ähm, haben wir hochgekommen, ein Artikel, ähm, bei laufen.de, glaube ich, da ging es darum, äh, was macht denn ein Trailrunner aus? Oder wie muss er denn, also der moderne Hipster im Trailrunning, also, äh, da war ein Bild von Anthony Copica, Tony, ja. Ähm, ähm, und, äh, er ist ja dafür bekannt, dass er eigentlich nur mit Schurz und Schuhen startet. Und die Schuhe sind, naja, ist halt, ne. Aber ansonsten, wenn er könnte, würde er wahrscheinlich nackt laufen. Äh, hier in Deutschland ist es ja eher ein bisschen anders. Wie denkst du jetzt innerhalb von Europa, so, die italienische Trailrunning-Szene und die deutsche Trailrunning-Szene, wie unterscheidet die sich, oder gibt es da gar nichts, äh, was sie unterscheidet? Doch, die unterscheiden sich gewaltig. Man muss sagen, so, die, die Italiener, die ist ja eine ganz große Laufnation. Die kommen ja vom Laufen, die stellen, glaube ich, immer noch den, den Europarekord im Marathon. Ähm, ähm, die haben Spitzenläufer in dem Bereich. Und Trailrunning ist eigentlich so ein Nebenkriegsschauplatz in Italien, wobei aber ganz viele aus dem Bergsport, äh, ins Trailrunning rübergehen. Also, viel aus Südtirol, äh, aus den Dolomiten, das sind alles passionierte, äh, Bergläufer und Trailrunner. Da hast du halt eine wahnsinnig starke Szene auch, äh, äh, in Italien. Du hast in Italien dann auch in den, in die Mittelgebirgen, hast du halt auch, ähm, ganz andere Möglichkeiten, laufen zu gehen und trainieren zu gehen. In Deutschland ist es halt so, in Deutschland ist halt Trailrunning ein Trendsport, ähm, der so langsam professionalisiert wird. Trendsport ist wie, wie Snowboarden früher. Wir, wir kommen jetzt halt in so eine neue Szene rein, wo der Sport ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ähm, Trailrunner in Deutschland zeichnet sich aus, indem er das beste Equipment hat. Ähm, es ist eine riesige Materialschlacht in Deutschland und viele vergessen eigentlich, beim Trailrunning dabei rauszugehen, ein bisschen laufen zu gehen. Ich möchte dich mal ganz kurz unterbrechen. Hier kommt gleich der Traktor vorbei und dann hören wir wahrscheinlich nichts. Wir lassen den mal kurz passieren. Weg ist er, weiter geht's. Gut. Ja, es gibt halt hier so eine Materialschlacht, also jeder will halt, ähm, das beste Equipment haben und, ähm, will halt, ähm, am hipsten ausschauen und, ähm, aber, ähm, ich sag immer, geht raus, geht laufen, geht in die Natur. Nur, das ist eigentlich Trailrunning und das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt, äh, die Klamotten von der Firma XY anhabe oder die Schuhe, die der Läufer irgendwas trägt, ähm, man soll einfach Spaß haben dabei. Und das ist eigentlich die, 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 die wichtigste Message, die man mit rausgeben sollte, dass die Leute endlich mal wieder anfangen sollen, Spaß zu haben beim Laufen und nicht so sehr über irgendwelchen Führlefanz nachzudenken. Und ob ich jetzt lange Haar habe oder einen Bart habe oder nicht, na, das ist wurscht. Was denkst du, sind so die Mindestanforderungen, die jetzt jemand, ähm, ja, meinetwegen kommt aus Berlin oder Hamburg, was sind so die Mindestanforderungen, die er an Equipment einerseits haben sollte, aber auch an physischer Verfassung, also an der körperlichen Seite, was sollte er trainieren, um jetzt zum Beispiel Zugspitze Supertrail, also den, äh, kleinen Ultra mit 63, äh, dass er den bestehen kann. Klar, es kommt immer drauf an, was ich denn machen möchte, na, und wo ich denn hingehe, wenn ich in Berlin trainiere, dann, äh, muss ich natürlich nicht, äh, mit einem 3-Liter-Rucksack, äh, Getränkerucksack rumlaufen, dann muss ich nicht, ähm, die, die, die ganz dicke Regenjacke mit dabei haben und das Equipment, wenn ich aber, dann beim Zugspitze Ultra unterwegs bin, dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich natürlich schon mal, äh, äh, meine Mindestausrüstung dabei habe, die eben auch der, äh, der Veranstalter vorschreibt, also das sollte schon mindestens dabei sein. Und dann muss ich halt, wenn ich aus Hamburg oder Berlin komme, zumindest mal, äh, eine gewisse Bergerfahrung haben, weil es ist halt anders, ob ich da irgendwo in der, ja, da im Spreewald durch die Gegend renne oder ob ich halt, äh, im Wendelsteingebirge unterwegs bin. Da sind halt die Wege anders, da laufen über 2000 Meter, da ist die Luft anders, da muss ich mich schon dran gewöhnt haben, das muss ich schon ein paar Mal gemacht haben, eine gewisse Drittsicherheit sollte man auch haben, aber vieles davon kann man trainieren, aber die Höhe, die muss man halt einfach, ähm, sich ranarbeiten. Und dann muss ich halt nicht mit den 63 Kilometern anfangen, sondern kann halt auch mit einer, mit einer 25 Kilometer Strecke laufen, also ich muss ja nicht immer gleich, äh, an die großen Dinger rangehen, damit ich mich dann am Montag ins Büro setzen kann und kann sagen, so, ich hab den gemacht, sondern, äh, man kann auch stolz drauf sein, wenn man die 23 Kilometer geschafft hat. Also quasi, äh, sich langsam steigern. Genau. Ich selber mach das ja auch, oder hab das gemacht beim, äh, Madeira Island Ultra Trail, also dem Miod, bin ich dreimal die Marathon Distanz, äh, gelaufen. Dann, äh, hab ich gesagt, naja, okay, ein viertes Mal wird jetzt bestimmt langweilig, also versuchst du jetzt mal die 85. Habe ich geschafft, allerdings nicht in der Zeit, äh, wie ich es mir vorgestellt hatte, deswegen, äh, darf ich nächstes Jahr noch nicht den ganz lang machen, sondern den darf ich erst für mich machen, wenn, äh, ich den 85er vor Mitternacht beende. Also, hab ich noch ein bisschen Zeit. Gut. Also langsam rantasten. Ich hab das dieses Jahr aber noch aus einer anderen Sicht erlebt, äh, ich hab da einen Bericht vor zwei Wochen geschrieben, das Rennen eines anderen. Äh, ein Freund von mir, der Jan, der hat das, äh, ganz anders gemacht, er ist eigentlich Straßenläufer, wollte aber seinen ersten Ultra Trail Rennen, äh, Trail laufen, wusste, dass er das alleine nicht schafft und hat gefragt, ob ich ihn begleite. Ich bin genug, äh, inzwischen, äh, gelaufen. Und so, er hat gelitten, er hat gekämpft, aber er hat es geschafft. Und im Nachhinein gab es ja dann doch sehr viele, äh, böse Stimmen auch, ob des Wetters und der hohen DNF-Quote. Du hast da einen Artikel geschrieben, der, äh, ja, durch die Decke ging, sehr kontrovers diskutiert wurde auch von vielen Seiten. Erzähl doch nochmal kurz, worum es da ging. Ähm, ja, der, natürlich ist der, der, die Überschrift ein bisschen, ähm, reißerisch auch. Da geht es um, um DNF, also Did Not Finish, oder wo sich halt der Trail Running Sport auch hinentwickelt. Und ich habe es ja vorhin dann auch angesprochen, im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass es heutzutage gar nicht mehr wertgeschätzt wird, wenn man eine kurze Strecke läuft, sondern, dass jeder immer gleich auf die 100 Kilometer gehen muss und dass die Strecken heutzutage immer länger, immer härter, immer brutaler werden. Ähm, das hat nichts mit Organisation von den Strecken zu tun, sondern es hat sehr viel mehr... Schauen wir mal kurz, schau ja. Ganz schön Verkehr, ja. Hat nichts mit den, äh, mit der Organisation zu tun, sondern viel mehr mit der Selbsteinschätzung von den Läufern. Dass die Läufer einfach hingehen und, ähm, ja, ihr großes Ziel ist, mal einen 100 Kilometer Trail zu finishen und, ähm, gerade mal vor einem Halbmarathon von der Straße kommen. Ähm, die Vorbereitung mau ist, ähm, die, die, ja, die Erfahrenheit, äh, die Erfahrung nicht groß genug ist und dann natürlich radikal an sowas scheitern. Das hat natürlich auch den Punkt, dass ich halt in Deutschland in keinster Weise irgendwelche Qualifikationen habe. Das heißt, ich kann mich halt mal entspannt anmelden, um den Zugspitz Ultra, die 100 Kilometer zu laufen. Ich kann mich anmelden für den, ähm, Alp X100, das sind 160 Kilometer über die Alpen mit, äh, mehr als 10.000 Höhenmetern. Ähm, indem ich einfach unterschreibe und sage, so, ich bin dafür geeignet. Und, ähm, in Italien ist es halt ganz anders. Da muss ich zum ersten Mal ein ärztliches Attest vorlegen. Dann habe ich bei ganz vielen Läufen oder bei jedem Lauf, der über die Marathon-Distanz hinausgeht, brauche ich Qualifikationspunkte. Es gibt inzwischen die ITA, die International Trail Running Association, wo sich jeder damit rühmt, dass er Qualifikationspunkte vergibt. Ähm, am Ende vom Tag aber, ähm, selber keine Qualifikation für seine Läufe mit einbaut. Und ich sage so, klar, für einen 20-Kilometer-Lauf, da kann ich schon jeden Mal zum Reinschnuppern hinlassen. Da muss ich auch überlegen, das ist ein Halbmarathon mit vielen Höhenmetern. Das ist auch mal eine andere Nummer, als wenn ich halt einen Halbmarathon in Berlin laufe. Und in den Bergen, äh, muss ich halt auch dran gehen, dass wenn ich halt einen 37-Kilometer-Base-Trail laufe, ähm, dass der anstrengend ist, weil der fast 2000 Höhenmeter hat, äh, werde ich den natürlich dann am Montag in der Firma verkaufe und sage, so, ah, ich habe den Base-Trail gefinished. Das klingt halt fast so ein bisschen wie Sissy Run oder wie, als ob ich den Bambini-Lauf gemacht hätte. Da werde ich dann oft nicht ernst genommen dafür. Und die Namensgebung ist halt oft mal ein bisschen unglücklich gelöst. Und, ähm, da sollte man halt auch viel drüber, drüber nachdenken. Und, ähm, die Diskussion ging genau in die Richtung auch mit, ähm, ja, die Mehrheit der, der Läufer hat mir da auch zugestimmt und hat gesagt, so, ja, das ist tatsächlich, äh, richtig, was ich da geschrieben habe. Es kamen viele Veranstalter direkt auf mich zu, die sich mit mir zusammengesetzt haben, ähm, die auch dieses ganze, die ganze Thema, überdenken wollten. Die Firma Mammut, die selbst, ähm, Hauptsponsor ist beim Eiker Ultra und beim Swiss Iron Trail, der auch über 200 Kilometer geht, ähm, die haben recht schnell drauf reagiert zu dem Thema und, ähm, weisen alle Läufer inzwischen darauf hin, äh, dass sie denn auch die richtige Eignung haben. Und, ähm, drängen auch, ähm, die Veranstalter drauf, dass die auch, ähm, Qualifikationen oder zumindest mit ärztlichen Zertifikaten arbeiten sollten. Und, ähm, so wie es aussieht, wird es ab nächstes Jahr in der Schweiz, äh, bei dem ein oder anderen Rennen auch solche Qualifikationen und, ähm, äh, äh, ärztliche Qualifikationen auch geben müssen. oder wird es die geben? Da bin ich gespannt. Wäre auf jeden Fall begrüßenswert, um das ganze Thema Ausfallquote beziehungsweise Verletzungen und Risiken dann doch ein bisschen einzudämmen, ohne jetzt zu viel Selbstbestimmung abgeben zu müssen. Was mich so ein bisschen gestört hat, viele Läufer, also gerade an der Zugspitze jetzt, weil ich es dort selbst erlebt habe, gehen ja auch in die Nacht rein. Natürlich sind Stirnlampen vorgeschrieben, nur teilweise sind sie mit Stirnlampen gelaufen, die vielleicht gerade mal so die Taschenlampe, nicht die Taschenlampe, sondern so, das Handy leuchtet heller. Was hältst du davon, zum Beispiel zu sagen, okay, du musst mindestens 900 Lumen Stirnlampe dabei haben? Oder geht das dann schon zu weit? 900 ist schon ein bisschen übertrieben, aber ich sage mal, es gibt ja genügend Hersteller inzwischen, die gute und günstige Stirnlampe anbieten, die für Trails auch ausreichend sind. Ich sage mal so, ab 350 Lumen ist es eigentlich schon ganz gut. Wenn ich natürlich mit so einer 90 Lumen Lampe komme, das ist die Taschenlampe von meinen Kindern heller. Also das muss ich nicht unbedingt nehmen, aber da sollten auch die Veranstalter darauf hinweisen und dann auch mit hingehen. In Italien ist es Usus. In Italien ist es ganz normal, dass wenn ich hingehe und habe irgendeine Funzel dabei, dann sage ich so, nee, mit der darfst du nicht starten. Da sind die um einiges radikaler und verweigern auch dann den Start für die Läufer. Richtig so. Da musst du halt im Laden gehen und musst eine neue kaufen oder gehst du auf die Messer und kaufst dann eine Stirnlampe. Aber ich sage mal so, viele Leute kann man halt, die muss man halt zur Sicherheit zwingen, weil die halt die eigene Verantwortung gar nicht richtig einschätzen können. Am Ende vom Tag bringen sie halt nicht nur sich, sondern auch die anderen in Gefahr. Und das will natürlich überhaupt keiner. Schön zu hören, dass das jemand sagt. So, zum Abschluss noch ein paar kleinere Fragen. Dein Top-Gadget am Berg, ohne was du nie in die Berge gehst? Ohne was ich nie in die Berge gehe? Das, was ich immer dabei habe, ist meine Erste-Hilfe-Ausrüstung. Das ist, glaube ich, so mein Top-Gadget. Also ich habe immer meine Rettungstecke dabei. Ich habe immer die, eigentlich, wenn ich in die Berge gehe, immer eine Sicherheitsausrüstung dabei. Ich habe eine Regenjacke dabei. Da variiere ich meine Leichte, meine Schwere. Aber ich habe eine Erste-Hilfe-Ausrüstung immer mit drin. Und für mich ist das mein Top-Gadget. Das habe ich natürlich nicht bei kurzen Strecken mit. Weil kurzen Strecken habe ich meine Schuhe an. Da mache ich auch einen auf Anton Kubica. Nur, dass ich noch ein T-Shirt drüber ziehe, weil mein Bauch ein bisschen größer ist als der von Anton und ich nicht so viele Haare auf der Brust habe. Aber ansonsten laufe ich da auch so. Freestyle. Da hast du irgendwelche Blog-Empfehlungen, also die du gerne liest. Jetzt habe ich doch eine Bremse. Die du gerne liest, also Empfehlungen? Ich lese relativ viel ausländische Geschichten. Zum einen gibt es die vom Ian Cortis, das I Run Far, finde ich recht spannend. Zum anderen finde ich spannend das Competitor Magazine in den USA, eine der größten Laufzeitschriften, die eine sehr große Trail-Rubrik auch mit drin haben, die ich sehr spannend finde. Das sind so die zwei, die ich eigentlich am meisten schätze. Es gibt noch Dinge, es gibt noch Like the Wind, die über das eine oder andere auch online schreiben. Aber viel lieber lese ich das, weil das eines der schönsten Trail-Magazine ist, die man sich kaufen kann und eigentlich danach einrahmen muss. Richtig. Das ist eigentlich eher ein Kunstwerk. Ich freue mich jetzt auch nächste Woche bei der Outdoor, den Simon, den Chef-Designer, Kreativ, was auch immer, wiederzusehen. Ich bin gespannt. Wen sollte ich in den Podcast holen? Wen würdest du gerne mal hier hören? Wem würde ich gerne mal hier hören? Du bist jetzt in Episode 3, es ist noch sehr viel am Start, es funktioniert noch nicht, also die Chance ist groß, dass er noch nicht genannt wurde. Also was ich ziemlich spannend finde, oder wem ich auch mal spannend finde, mit reinzunehmen, ist die Anne-Maria Flammersfeld. Zum einen, weil sie eine sehr gute Läuferin ist, zum anderen, weil sie ein sehr hohes soziales Engagement auch hat, viel in Afrika auch unterwegs ist und gerade die Kombination finde ich ganz toll. Und eine zweite, die ich gerne auch hören würde, ist die Tamara Lunga. Tamara ist eine der besten Extrembergsteigerinnen, war jetzt erst wieder unterwegs gewesen im Himalaya und sie ist aber auch eine begnadete Trailläuferin und hat schon zweimal den Transalpine Run auch gewonnen. Auch richtig tolle Frau, um die andere Richtung auch mit einzuschlagen, dass nicht nur immer Typen hier ruf sitzen. Genau, nicht nur Trailrunning, sondern dass wir dann auch irgendwann mal andere Bergsportarten auch noch mitbekommen. Genau, zum Beispiel. Wunderbar. Nicht jeder ist so begnadet, beziehungsweise so begütet, dass er so nah an den Alpen dran wohnt, also an den etwas höheren Bergen. Dein Tipp gegen Bergweh? Mein Tipp gegen Bergweh? Das Schlimmste ist, auf Bayern 3 auf und ab anzuschauen, weil da klicken wir es erst recht. Nee, aber guckt doch einfach mal raus. Ihr habt bestimmt den einen oder anderen Berg auch vor der Haustür und wenn es so ein kleiner Hügel ist und wenn er einfach mal ein bisschen mit offenen Augen rumgeht, dann findet er auch ganz tolle Strecken, die man auch da laufen kann und oftmals sind es, selbst von Hamburg aus, 50 Kilometer, wo ich dann relativ angenehme Hügel auch laufen kann und da kann ich mich austoben und wenn ich das alles ein bisschen richtig reinnehme, dann kann ich da auch tierisch Spaß dabei haben und es muss nicht immer ein Berg sein, solange der Trail eng genug ist, macht es mindestens genauso viel Spaß. Wenn jetzt jemand sagt, ich will so eine coole Cap haben, ich will so eine geile Sonnenbrille haben von Rock'n'Trail, ich will mit zum 3-4-Team, Team for Free, kommen oder nächstes Jahr hier in Deutschland an den Start gehen, wie können die Leute mit dir Kontakt aufnehmen? Ganz einfach über rock'n'Trail.de Da ist alles drauf, da gibt es einen Shop, da kann man die ganzen Gadgets von mir bestellen, wer Lust daran hat. Da gibt es auch sämtliche Reiseempfehlungen von Trails, die wir schon gelaufen sind in Europa, auch mit Reisehinweisen, mit wie man am besten hinkommt. Da gibt es auch Veranstaltungstipps, die wir machen, wie die Gargano Running Week im Oktober in Italien. Drei Tage, feinste Trails direkt am Meer, mit Hotel am Meer, also man kann da alles Mögliche machen. Und da sind auch die Infos für irgendwelche Läufe, die in Deutschland, die wir veranstalten, auch mit drin. Vielleicht noch ganz was anderes, wir machen ja auch diese, eine Waldlaufserie hier am Bodensee, weil ich, ich bin ja ein 70er-Jahre-Kind, damals war es ja mit meinem Vater ganz üblich, dass man halt einfach zum Waldlauf gegangen ist. Da waren halt solche Wege, wo wir jetzt hier gerade dran sitzen, zwei Meter breit, drei Meter breit, wo die Forstautos entlang fahren und die gingen halt durch den Wald durch. Und solche Wege habe ich hier gesucht und veranstaltet auch gerade so eine Waldlaufserie, was ich sehr spannend finde, was jetzt nicht wirklich was mit Trailrunning zu tun hat, aber man kriegt die Straßenläufer mal wieder raus in Natur. Also wir verzichten bewusst auf Asphalt bei der 10-Kilometer-Runde, also nur 10-Kilometer-Runden immer, gibt es maximal 500 Meter Asphalt. Mehr wollen wir nicht drin haben. Lieber lasse ich da mal ein paar Meter auf der Wiese mitlaufen, dann wird man einfach den Asphalt umgehen. Aber das ist auch so der erste Weg auch dazu, dass ich so ein bisschen ins Trailrunning auch rankomme, dass ich mal wieder in die Natur rausgehe und nicht immer in die Autoabgase rumlaufen muss oder auf der Bahn mal eine 10 Kilometer abspulen muss. Da hat ja keiner wirklich Lust drauf. Das mache ich, weil ich es machen muss, aber nicht, weil ich es machen will. Wunderbar. Dann danke ich dir, dass du bei mir warst, die Fragen beantwortet hast und wir sehen uns ja, laufen miteinander wieder und... Bestimmt. Bis bald. Danke dir. Danke, dass du bei dieser Episode des Vitamin-Berge-Podcasts dabei warst. Alle Links, die Mitschrift und ein paar Bilder sowie das Video findest du in den Shownotes unter vitaminberge.de slash 003. Wenn dir Vitamin-Berge gefällt, freue ich mich über dein Like auf Facebook, Twitter oder Instagram und eine Bewertung auf iTunes. Gerne hinterlasse auch dein Feedback zur Episode, um den Vitamin-Berge-Podcast noch besser zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das ist in meine Füße am Klafen. Ja, ja. Das ist in meine Füße am Klafen. Untertitelung des ZDF, 2020